Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen! Dresden ist in den letzten zwölf Monaten zur Hauptstadt der besorgten Bürger und Rassisten geworden. Wir halten als Band von Anfang an dagegen, gegen Hass und Ausgrenzung und für eine tolerante und offene Gesellschaft. Nun haben wir uns entschlossen, ein Musikprojekt zu starten und der ganzen Situation etwas Positives abzugewinnen. Wir wollen die Leute kennenlernen, die gerade ihre Heimat hinter sich lassen müssen und jetzt bei uns in unserer Stadt leben. Wir laden geflüchtete Musiker ein, Teil unserer Band zu werden. Wir besorgen ihre Instrumente, treffen sie wöchentlich zu Proben und lernen ihre Lieder zu spielen. Wir spielen mit ihnen unser Repertoire und hoffen so den Sound zu kreieren, der zukunftsweisend auch für unsere Stadt ist. Ab jetzt sind unsere neuen Kollegen immer dabei. Sie spielen die Gigs, die wir sonst auch spielen, mit Hochzeiten, Geburtstage, Stadtfeste, aber auch Auftritte in Camps und Erstaufnahmeeinrichtungen. Am Ende wollen wir eine CD aufnehmen mit Musik aus Burkina Faso, aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Syrien, vielleicht auch aus dem Erzgebirge. Wir wollen mit unserem Projekt etwas erzählen über alte und neue Heimat, über Gemeinsamkeiten, über Unterschiede und über die große Chance, gemeinsam etwas Neues zu schaffen. Damit wir möglichst viele Menschen erreichen können, brauchen wir eure Unterstützung. Damit wir zeigen können, dass es alles nicht so schwierig ist, dass man Türen aufmachen kann. Musik 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 Welche Möglichkeit wir haben, etwas Besonderes und Wirkungsvolles aus dieser Idee zu machen, hängt auch davon ab, wie viel Geld uns zur Verfügung steht. Die Studioaufnahmen, die Produktion des Dokumentarfilms und die CD-Produktion müssen bezahlt werden. Wir brauchen Instrumente, Verstärkerequipment für unsere neuen Bandkollegen, Honorare für Tontechniker, Musikpädagogen und Arrangeure. Auf unserer Homepage findet ihr regelmäßige Updates über unsere Probenarbeit, unsere neuen gemeinsamen Geschichten und natürlich die aktuellen Konzerttermine. Unterstützt uns und werft uns etwas in den virtuellen Hut. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Tschüss... Tschau. Auf Wiedersehen.